Investieren nach alter Schule und das sind turbulenten Finanzmärkten. Das ist das Motto der Vermögensverwaltung Oberbandscheid und sie aus Kleve. Bei mir sind die Finanzexperten André Koppers auf der einen Seite, herzlich willkommen, und Marco Janssen auf der anderen Seite. Gehen wir direkt ins Detail, Herr Janssen, und fragen nach, was denn aus Ihrer Sicht Investieren nach alter Schule bedeutet. Die Finanzmärkte werden heutzutage immer schnelllebiger, Produkte werden immer komplexer und komplizierter strukturiert. Der Faktor Mensch bei der Anlage geht heutzutage immer mehr verloren. Der Großteil des Börsenhandels heutzutage wird von Computern und von Algorithmen gesteuert. Der Anleger wird überschwemmt mit Informationen, sei es aus Funk, Fernsehen, Presse, heutzutage auch Social Media. Genau dafür stehen wir nicht. Wir wollen uns an etablierten und traditionellen Anlagegrundsätzen orientieren. Bei uns trifft immer noch der Mensch die Entscheidung. Nicht der Computer. Sicherlich ist Ertrag wichtig, aber nicht um jeden Preis. Sicherheit steht im Vordergrund. Herr Koppers, wie läuft denn der Investmentprozess bei Ihnen ab, vor der geschilderten Herangehensweise? Bei uns stehen fundamental analytische Gesichtspunkte ganz klar im Fokus. Wir sind keine Schadtechniker. Wir verfolgen keine großen Makroansätze, sondern im Prinzip gelten bewährte Kennzahlen, Kursgewinnverhältnis, Buchwerte, Dividendenrendite. Und so legen wir bei der Einzeltitelauswahl sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite erstmal zunächst einen großen Schwerpunkt auf die Qualität des Investments, versuchen eine breite Streuung über verschiedene Branchen, verschiedene Länder darzustellen und gehen keine unangemessen großen Risiken für unsere Mandanten ein. Dann gehen wir doch einfach weiter ins Detail. Wechsel wieder den Gesprächspartnern zu Herrn Jansen rüber. Wie individuell können Sie denn Ihre Kunden im Rahmen der Geldanlage beraten? Vorne ansteht bei uns, das Portfolio muss zum Kunden passen und nicht umgekehrt. Wir erarbeiten mit dem Kunden zusammen eine maßgeschneiderte Lösung, ein maßgeschneidertes Anlageobjekt nach den Wünschen des Kunden und anhand diesen Leitlinien, die uns der Kunde aufgibt, erarbeiten wir dann verschiedene, suchen wir die Produkte aus, mit denen wir dieses Ziel zusammen mit dem Kunden dann auch letztendlich erreichen wollen. Zurück zu Herrn Koppers. Wie funktioniert das Modell denn bei Kunden, die etwas weniger Geld zum Investieren mitbringen bei Ihnen? Gut, es ist gegeben, wenn man eher ein kleineres Vermögen anlegt, lässt sich eine sinnvolle Streuung im Sinne des Kunden im Prinzip nur über Fonds darstellen, sowohl auf der Aktien- als auch gerade auf der Rentenseite, um die Risiken ganz einfach zu streuen und im Sinne des Kunden abzufedern. Da greifen wir durchaus auch zu Fonds. Unter anderem verfügen wir seit Ende letzten Jahres, seit dem November 2013, über einen eigenen globalen Mischfonds, den Oberbahnstadt & See, global flexibel, der im Prinzip auch über alle Anlageklassen hinweg, über Aktien, Renten, in einer sehr flexiblen Gewichtung für den Anleger den Markt abbildet. Da machen Sie mich jetzt neugierig, muss ich in die Tiefe gehen, Oberbahnstadt, global flexibel, den haben Sie erwähnt. Der Name deutet es an, Mischfonds, ist die Überschrift dabei? Vielleicht können Sie uns in der Tat ein paar mehr Einzelheiten noch dazu verraten. Ja, also unser Kerngedanke, als wir das Projekt angefangen haben, war ein wirklich sehr flexibles, ein sehr weites Mandat aufzunehmen. Sprich, es gibt keine starren Grenzen, was die Quotierung Aktien zu festverzinslichen Wertpapieren belangt. Auch die Cashquote ist vollkommen variabel. Alle drei Komponenten könnten im Extremfall bis zu 100 Prozent gewichtet werden. In der Praxis ist es natürlich immer eine Mischung aus diesen drei Anlageklassen und je nach Marktlage, nach Börsensituation sind wir dann hier und da etwas mutiger, investieren also mehr Kapital auf der Aktienseite. Wir werden aber zum geeigneten Zeitpunkt dann auch lieber etwas frühzeitig vorsichtiger investieren in festverzinsliche, gehen mal in die Liquidität oder dürfen rein aus Absicherungsgründen noch Derivate mit ins Portfolio aufnehmen, die aber wirklich nur um die Risiken des Aktienmarktes punktuell mal ein wenig zu reduzieren. Also durchaus Kapitalerhalt vor Rendite, wenn ich das so zusammenfassen darf, Herr Jan, für welchen Anlegertypus ist denn dieser Fonds geeignet? Durch die Konzeption Mischfonds ist der Fonds natürlich für jeden Anlegertyp geeignet, der sein Geld qualitativ hochwertig in die Weltkapitalmärkte investieren möchte und der bereit ist, für den gewissen Teil seines Portfolios auch die damit verbundenen Risiken einzugehen. Herr Jansen, dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Investieren nach alter Schule heißt das Motto in Ihrem Unternehmen. Viel Erfolg dabei, Herr Koppers. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, und wir verabschieden uns an dieser Stelle aus diesem Interview.